So und damit herzlich willkommen zurück beim Part und ich habe wieder auf meine Ohrstopo falsch gestellt, oh man ey, also Das läuft ja heute wieder, das ist der Wahnsinn ist das Wisst ihr was, ich probiere das jetzt einfach mal Ich probiere jetzt einfach mal in Dreck rennen Ich kann es ja nur verkacken Ich weiß gar nicht warum ich mich jetzt entscheide in Dreck rennen zu machen Aber ich finde halt, man kann da sowieso noch verkaufen Und deswegen, ja, was willst du machen, ne? Na komm, ist denn da niemand, der da mal mitfahren will oder was? Ich glaube, Fakt Na komm, hm Niemand fährt Dreck rennen Das gibt es doch nicht, das gibt es doch nicht Scheinbar fährt echt kein Mensch hier Dreck rennen Naja, was willst du machen? Naja, hier fällt kein Sorge Ach doch Ja, Wuka Ähm, Challenger Ne, ich würde sagen, wir machen mal Manuel Also wenn schon schlecht, dann richtig Jedenfalls meine Devise Wenn schon schlecht, dann richtig Dann schauen wir doch mal, wie wir das Ganze hier verkacken dürfen Der ist Level 9, hat die bessere Karre Was wird denn das jetzt hier bitte? Junge, so kommen wir nicht weiter Ja Zwei Behinderte oder was, hey? Ja Mann, hey, komm Fick dich doch einfach So, hier Vollidiot Gewonnen Warum? Weil der einfach noch voll drauf kloppt, hey So ein Spinner 8, 8, 8, Kisch Wer sonst nichts mehr zu tun hat Gegen die Spinner fahre ich nicht mehr, hey Schwachkopp Hält da einfach voll drauf, so ein Spasti Hör mal, also geht doch nicht Ich glaub's hackt Hält der einfach voll drauf wie der größte Schwachkopf Aber Dreck ran finde ich eigentlich ganz cool Doch, hat was Und so schwer ist es jetzt mit Handschaltung noch nicht Also ich weiß nicht Ich meine gut, ich habe jetzt noch einen relativ langsamen Wagen, der natürlich auch dementsprechend langsam hochdreht Aber trotzdem, also Ich weiß nicht Kann man selbst mit Tastatur schaffen, wenn man sich jetzt nicht ganz dämlich anstellt Und ich finde, man kann sich schon extrem dämlich anstellen, weil ich meine Ich bin jetzt ja auch nicht der Profifahrer Nix oder wie Das gibt es nicht, das gibt es nicht Mission Street, Sprint Ah, perfekt Da findet man ja sogar was 258, 312 Was hat denn der eigentlich von Karren? Chiroko GTO Fäh, wie hat der denn den GTO vor Gewalt Hat er den Späuter draufgepackt? Oh Mann, hey Sag mal, haben die alle gar keinen Geschmack mehr oder was? Oh, das tut ja weh Die vergewaltigen doch die Autos Mann, hey Und hier drin wird es irgendwie langsam extrem stickig Hm Ob das so Sinn der Sache ist? Ja, ich weiß es nicht Naja, was soll's Das Problem ist halt, dass ich jetzt, wenn ich das Fenster aufmache, ist das viel zu laut Wegen der Straße hier Also mit den ganzen Nebengeräuschen, weil hier ist ja doch auch einiges los Tja Ha, Heiland Mann, scheiß lange Ladesequenzen Man, hey Oh, da vorne wird freundlich gebackt Ist ja auch spannend Du verlorst, hey Ich glaub's nicht Oh Jo Ja, ich wollt grad sagen Einmal erster Ja genau, Traffic Management Oh, ist das vorab Komm, weg mich Du genauso Wollen sich alle mal an mir vorbeikloppen Hallo, sag mal Hab ich ein Schild an mir dran? Kloppt euch an mir vorbei, oder wie? Wenn einer fair vorbeikommt, okay Nix Das kann ich auch Das kann ich auch Spinner Ah, Heiland Ich mach denselben Fehler wieder vor mir Oh Mann Also ich bin ja schon schlicht Gut, die denn mit der Abkürzung Gut, die denn mit der Abkürzung Bin ich so drauf Mann Ich glaub nur ist es drauf Wenn einer bei mir so draufkloppt Das gibt's nicht, ey Das gibt es nicht, ey Das gibt es nicht Einfach immer nur am draufkloppen, ey Immer nur am draufkloppen Redline Ich weiß nicht, was das heißt Verwirr mich also nicht mit falschen Tatsachen Was ist das denn hier? Northroad Circuit Den fand ich nicht schlecht, mein ich jedenfalls Mal schauen, ob man da jetzt ein Rennen finden Was man fahren kann Boah, ist das ein Scheißdrecke Oh Mann Ist das hier drin stickig Natürlich fährt das niemand Warum auch sonst Ist das furchtbar Also dieses Gewarte Ist schon irgendwie anstrengend Vor allem, weil man sich ja immer irgendwas Gescheites zum Quatschen einfallen lassen muss Was natürlich auch jetzt nicht unbedingt einfach ist Wer packt denn das so durch meinen Karren durch, ey Dann halt nicht Oh, endlich, ey 255 376 Ja, genau Standard Challenger Und noch ein MPS Noch ein MPS Vollgewaltigt Natürlich Wie kann man nur einen Mazda so vergewaltigen? Das ist doch Augenkrebs Von nix ner Ahnung, gell Also ich weiß nicht Die Leute tunen hier ihre Autos Das ist nicht mein Geschmack Aber naja, gut Wenn's ihnen gefällt nicht Soll ich mich mal ein bisschen anders hinsetzen So nach dem Motto Mehr konzentrieren Du Spinner, ey Wie sich da durchkloppen Oder war's so ein Affenkopf Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Immer noch Zweiter Ungefähr gleiche Abstand wie vorher zu dem Lukas Frana Keine Ahnung, wie man da was spricht Gerade noch Mir kriegt die Kurve Fühlt sich jetzt ein Besonders cool Und fühlt sich besonders überholt Ha Scheiße Verpackt Und alle ziehen nach mir in die Abkürzung rein Möglichst gerade springen Perfekt Was zum What the Alter Das kann's ja jetzt wohl nicht sein, oder? Meine Fresse Also das war ja jetzt wirklich mehr ein Witz Oder? Also ich mein ganz ehrlich Na ja, was soll's Boah, ist das ein Dreck Also das Sowas regt mich halt auf Ja, weil das ist einfach nur unnötig Das ist wirklich unnötig Und hier lang Da vorne kommt dann nicht da Sondern da Wenn das jetzt wieder so verkackt Also dann Dann ist es vorbei Gut Gut, das hat nicht so verkackt Wir sind kurz vorm Ende noch Zweiter geworden Das finde ich auch gut Meine Fresse, ey Meine Fresse Fünf Sekunden spenden Nee, es hat nochmal Etwas mehr als eine Sekunde Auf mich Abstand Naja Streetforce Induction Naja, bringt mir nicht viel So, dann würde ich jetzt sagen Weil Nörrenreden lohnt sich nicht wirklich Wir schauen nochmal ins Safehouse Und reparieren dort unseren Karren Ich will jetzt nicht wissen Wie viel Geld mich das wieder kostet Wahrscheinlich Ja, wie gesagt Ich will das nicht wissen 1800 Aber naja, gut Wir haben jetzt fast 400.000 Nicht schlecht Dann würde ich jetzt sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und Ja Bis zum nächsten Mal Tschau